. Jede Maske steht für ein Folteropfer. Eines von ihnen, Lucio Belentani, ehemaliger Werkzeugmacher bei Volkswagen Brasilien. VW in Brasilien, eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Wir fanden Verhältnisse, mit denen man als Unternehmer schaffen konnte. Volkswagen. Seit den 60er Jahren inmitten einer brutalen Militärdiktatur. Arbeiter verklagen jetzt den Konzern. Ermittler sitzen Volkswagen im Nacken. Der Verdacht? Verstrickung in die Machenschaften der Militärdiktatur. Es sind tiefe Wunden, die nicht heilen. Die Spuren führen uns immer wieder in eine fast vergessene Vergangenheit. War VW Teil der Unterdrückungsmaschinerie? Ein ehemaliges Foltergefängnis in Sao Paulo. Lucius' Häftlingsnummer? 5171. Datum der Festnahme? 29. Juli 1972. Der Vorwurf? Politische Opposition. Acht Monate Folterhaft, weil er für die Kommunistische Partei Flugblätter verteilt hatte. Auf dem Werksgelände von VW. Eine der Foltermethoden? Die Papageienschaukel. Der Gefangene wird mit den Kniekehlen an einer Stange aufgehängt, die Hände an die Fußgelenke gebunden. Der wehrlose Körper hängt zu Boden. Diff McMahon. Diff McMahon. Diff McMahon. Diff es beglebt. Erst nach Wochen erfährt seine Familie, dass Lucio in Haft ist. Die Frau des damals 27-Jährigen kommt zu Besuch, mit dem drei Jahre alten Sohn. Lucio Bellentani erhebt einen schweren Vorwurf gegen VW Brasilien. Doch das ist bis heute nicht geschehen. VW schweigt. Vier Jahrzehnte schon bleibt das Geschehene folgenlos. Das könnte sich jetzt bald ändern. Die Wirtschaftsmetropole Sao Paulo. Hier ermitteln brasilianische Staatsanwälte gegen VW und prüfen, hat das Unternehmen damals die eigenen Arbeiter der Folter ausgeliefert? Die Wirtschaftsmetropole Sao Paulo. Ein Team um Staatsanwalt Pedro Machado ermittelt gegen VW Brasilien. Links neben ihm sitzt der Gutachter Guarasi Mingardi. Er ist der Mann, der die wichtigsten Beweismittel zusammenträgt. Heute übergibt er dem Staatsanwalt die ersten brisanten Ergebnisse. Das hier sind die erste Beweismittel zusammenträgt. Das hier sind die ersten Beweismittel zusammenträgt. Und diese hier wurden empregiert, registriert und gearbeitet auf der Sicherheit der Volks. Noch im Jahr 2017 wollen die Staatsanwälte entscheiden, ob sie Anklage gegen den deutschen Autokonzern erheben. Es wäre das Ende der bislang blütenweißen Erfolgsgeschichte von VW Brasilien. 1959, Eröffnung des Hauptwerks in der Nähe von Sao Paulo. Es ist das erste Tochterunternehmen der Wolfsburger im Ausland überhaupt. Zehn Jahre später beschäftigt Volkswagen Brasilien rund 20.000 Mitarbeiter. Die Nachfrage nach deutschen Autos ist riesig. Es gibt nur wenig Konkurrenz. Im Rekordtempo wächst VW zum größten Privatunternehmen Lateinamerikas. Der Verkauf von Käfer und VW-Bus, ein Selbstläufer. Deutschland hatte einen sehr guten Ruf in der ganzen Welt. Da brauchte man keine Werbekampagnen. Wir hatten das richtige Produkt. Und das hatte eben seine Persönlichkeit, um genau in die dortigen Verhältnisse zu passen. Einer der Manager, die VW Brasilien zum Erfolg führen, ist der spätere Vorstandsvorsitzende Karl Hahn. In den ersten acht Jahren der Militärdiktatur reist er regelmäßig nach Sao Paulo. Damals war er Vertriebschef in Wolfsburg und saß im Aufsichtsrat von VW Brasilien. Verfolgen Sie denn aktuell die Ermittlungen, die in Brasilien gegen Volkswagen do Brasil laufen? Noch nie davon gehört. Wer verfolgt die denn? Die Staatsanwaltschaft, die Bundesstaatsanwaltschaft. Wo? In Sao Paulo. Das ist sehr verdienstvoll, dass sie sich da so aktiv einsetzen. Wunderbar. Sie finden das nicht nachvollziehbar, dass man das macht? Ich halte das für, die Überschrift hieß, für mich gibt es Wichtigeres für uns, als mit der Vergangenheit in Brasilien zu beschäftigen. Solche Sätze können sich die Konzernsprecher in Wolfsburg nicht erlauben. Hier fährt man eine andere Strategie. Die Botschaft lautet, wir klären auf. Denn noch ein Skandal wäre das letzte, was VW gerade gebrauchen kann. Das Thema ist insofern für uns natürlich wichtig, weil es unsere Historie betrifft. Und alle Dinge, die mit der Historie zu tun haben, müssen wir natürlich auch lückenlos wissen, was wo passiert ist. In Wirklichkeit jedoch tut sich der Konzern offenbar schwer mit einer kritischen Aufarbeitung seiner Vergangenheit. Das sieht man daran, wie VW seinen renommierten Chefhistoriker behandelt. Schon 2014 reist Manfred Grieger nach Brasilien. Er rät dem Konzern, auf Arbeiter wie Lucio zuzugehen. Schlägt den Aufbau einer Erinnerungsstätte vor, die VWs Rolle zur Zeit der Diktatur dokumentiert. Doch dazu kommt es nicht mehr. Es heißt, Grieger wird vor die Wahl gestellt. Recherchen nur noch mit Erlaubnis des Vorstands. Oder er muss gehen. Im Oktober 2016 verlässt er den Konzern. Grieger will uns ein Interview geben. Doch die VW-Pressestelle beruft sich auf den geschlossenen Aufhebungsvertrag und verweigert eine Genehmigung. Die Gründe dafür, sage ich mal, liegen letztendlich in einer Geschichte, die, glaube ich, für die Öffentlichkeit jetzt nicht relevant ist. Ein kritischer Kopf passt offenbar nicht zu VW. Jacarei, 200.000 Einwohner. Eine Autostunde von Sao Paulo. Hier lebt Lucio Belentani. Obwohl der 72-Jährige schon lange in Rente ist, fährt er fast täglich nach Sao Paulo, wo er eine Gewerkschaft für pensionierte Arbeiter gegründet hat. Es ist dieser Kämpfergeist, mit dem er seine dunkelsten Erinnerungen überwindet. Erinnerungen wie an das völlige Ausgeliefertsein in Folterhaft. Kaum jemand außer seiner zweiten Frau Maria weiß, dass Lucio nur noch drei eigene Zähne hat. Die anderen hatten die Folterer aus seinem Kiefer gebrochen. Seine Frau und sein Enkel Gustavo helfen ihm, weiterzumachen. Das fällt Lucio in Wirklichkeit oft schwerer, als er zugeben mag. Aber es gibt auch Momente, an die er gerne zurückdenkt. Zum Beispiel an seine Anfänge bei Volkswagen. Das war die Derzeit in der Volkskirche war hier. Hier war ich am Morgen. Ich war in der Volkskirche in 1964. Wir waren immer sehr dünn, sehr einfach, sehr, 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 sehr. Ich habe, in meiner Kindheit, zum Beispiel, ich schrauchte, um für mich zu helfen, um zu verkaufen, um zu verkaufen, um zu verkaufen. Also, in einem Moment, wo ich arbeite und eine gewaltige Leistung war, das war mir so glücklich war, dass ich mich für meinen Vater und meine Mutter helfen konnte. Hier sind sie. Hier ist die neue Linie Volkswagen 71. Fuscao 1500, Motor 52 HP. Neue Stoffe, zwei Karten, vier lugares. Motor deitado, zwei Carburators, 65 HP. 1959 besucht ein ARD-Team, den man, der VW, nach Brasilien brachte. Wir haben in den fünf Jahren, in denen unser Werk hier besteht, noch nicht eine einzige ernsthafte Auseinandersetzung zwischen einem deutschen Meister, Ingenieur oder einem brasilianischen Arbeiter gehabt. Es ist erstaunlich, dass gerade der brasilianische Arbeiter mit seinem Temperament sich so hervorragend unterordnet. Vertrauen ist gut, doch die Kontrolle des brasilianischen Arbeiters ist offenbar besser. Unsere Recherchen zeigen, noch im selben Jahr, fünf Jahre vor Beginn der Diktatur, gründet Volkswagen Brasilien den Werkschutz, als Teil der Personalabteilung. Chef ist ein frisch pensionierter General. Es ist dieselbe Abteilung, die jetzt im Fokus der Ermittlungen steht, weil sie gemeinsame Sache mit den Militärs gemacht haben soll. Und die putschen sich 1964 an die Macht. 21 Jahre lang wird sich das Regime halten können. Die Militärs setzen auf Wirtschaft, Wachstum und innere Ordnung. Genau wie VW. Volkswagen expandiert und eröffnet bald die zweite Fabrik im Land. Die Militärs erklären Oppositionelle zu Staatsfeinden. Wer der kommunistischen Partei Brasiliens nahesteht, dem drohen Folter und Tod. Mich hat das nicht beunruhigt damals. Ich erinnere nicht, dass wir nun mit Tränen den Weggang und die Wegspülung der Demokratie etwa beweint hätten. Was hätten wir denn tun sollen? Hätten wir die Militärregierung absetzen sollen? Glauben Sie, wir hätten etwas geändert? Unmittelbar nach dem Putsch investiert VW Millionen in Brasilien. Die deutschen Autobauer und die südamerikanischen Militärs. Das hat von Anfang an gepasst. Kritische Nachfragen treffen bis heute auf wenig Verständnis. Hatte Volkswagen gemeinsame Interessen mit der Militärdiktatur? Natürlich. Alle hatten dieses Interesse, dass das Land vorankommt. Also diese Art der Beurteilung der Dinge, wie Sie sie hier versuchen, der Öffentlichkeit beizubringen, ist sicher typisch deutsch, aber ziemlich einmalig. Aber wir sind ja immer Überdemokraten geworden. Nach dem Putsch beginnt für VW die Zeit der Rekorde. 1970 läuft der einmillionste Volkswagen vom brasilianischen Band. 1975 drei Millionen, 1979 fünf Millionen. VW do Brasil, zurzeit das gewinnbringendste Werk des Wolfsburger Konzerns, ist der größte Autohersteller des Landes. Täglich laufen 1750 Fahrzeuge vom Band. Von Absatzkrise keine Spur. Wir bekommen ein Interview mit einem damals führenden Manager von VW Brasilien. Er lebt in einer Villa nahe des Werksgeländes von Sao Paulo. J.C. Mendonca war seit 1969 bei VW. Er ist als Chef der juristischen Abteilung, später zusätzlich als Personalchef. Die andere, dunkle Seite der Erfolgsgeschichte von VW entdeckt man im Staatsarchiv von Sao Paulo. Hier forscht Goura Simengardi im Auftrag der brasilianischen Bundesstaatsanwaltschaft. Er gräbt sich durch tausende vertrauliche Dokumente der politischen Polizei zur Zeit der Militärdiktatur, die lange unter Verschluss waren. Es sind die zentralen Beweismittel gegen VW. Dossiers über Mitarbeiter, erstellt vom VW-Werkschutz, in den Akten der politischen Polizei. Qualquer prima coisa que estava regido. Tinha esses dois lados. Você tinha a segurança normal que toda empresa tem, que vigia o entorno, para ver se ninguém invade a empresa. Mas você tinha o outro lado. Pelo que nós podemos ver nos boletins de ocorrência da empresa, você tinha um lado muito grande, que era preocupado com a questão dos militantes políticos ou sindicalistas, como se fosse um braço da Polícia Política brasileira dentro da empresa. Eine Abteilung im Volkswagenwerk. Faktisch ein werkseigner Geheimdienst. Der Werkschutz beschränkte sich nicht nur auf die Überwachung der Arbeiter auf dem Fabrikgelände, sondern bespitzelte sie offenbar auch im Privatleben. Namen der Mitarbeiter wurden mit anderen Firmen ausgetauscht. Wer in diesen schwarzen Listen auftauchte, fand keinen Job mehr. Hunderte Schreiben von VW gibt es hier in den Akten der Folterer. Doch der Konzern will bis heute nicht dafür verantwortlich sein. Ein uns bekannter Name taucht in den Dokumenten auf. Auch Lucio sammelt akribisch Dokumente. Es sind Zeugnisse seines bislang vergeblichen Kampfes um Anerkennung. Wir werden uns kommen. Wir werden uns kommen. Ich bin nicht der von uns, die in diesem Zeitpunkt sovrieren. Es gab Kollegen, die außerhalb des Fisch-Sitzes, noch hatten die Morte. Ich bin hier glücklich. Ich bin hier, aber das ist das, was ich immer noch für sie kämpfe. Für die Verkaufung der Wahrheit ist. Das ist einfach. Es ist die Wahrheit, nur die Wahrheit. Ich liebe nicht die Rotulierung von »Ditadura Militar«. Wir hatten nie eine Ditadura im Brasil. Wer sich beinahe von einer Ditadura, ist der, der die Konsequenzen hat. Warum? Es waren die Schwerdisten, die das Land war. Alles, was mit den Schwerdisten war, war die Pressung des Militärs. Das war nur positiv. Der ehemalige Top-Manager von VW hat seine eigene Geschichtsschreibung. Wir bringen ihm belastende Dokumente aus dem Staatsarchiv. Als Personalchef war ihm auch der Werkschutz zugeordnet. Sein Name taucht in den Unterlagen immer wieder auf. Dr. Mendonca. Kannst du erklären, warum diese Dokumente in den DOPS waren? Ich will wissen. Es ist nur schade. Niemand hatte das Recht. Es ist ein Dokumente interne von der Firma. Kann es sein, dass die Verantwortlichen von damals nichts wussten? Oder war es ihnen schlicht egal? Wir haben versucht, Automobile zu bauen. Unabhängig von der Regierung, die in einem Lande herrscht. Das überlassen wir den Eingeborenen, den Menschen dieser Länder. Wir sind keine Kommunisten gewesen, muss ich Ihnen allerdings bekennen. Auf dem linken Auge überempfindlich, auf dem rechten Auge blind? Dieser Mann bekam bei VW umstandslos einen Arbeitsvertrag. Franz Stangl. Lagerkommandant der NS-Vernichtungslager Subibor und Treblinka. Er machte das Töten effizient. Ein international gesuchter Massenmörder, der bei VW ganz offen unter Klarnamen anheuerte. Wir kannten sicher nicht auswendig die Namen von KZ-Kommandanten. Und dass die dort angestellt werden, wenn sie aus Deutschland kommen. Das waren ja sehr viele, die aus Europa kamen. Das war, glaube ich, eine ganz normale Geschichte. So normal, dass VW Brasilien dem später wegen 400.000-fachen Mordes verurteilten Stangl sogar nach dessen Verhaftung noch einen Anwalt empfahl. Das war, glaube ich, ein Verrückter von der, »Schneit« »Shỉing ein Samargrin, das wollen wir» »Statel« 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 Monatelang hatten wir mit VW verhandelt, schließlich sagt das Unternehmen zu. Nach 45 Jahren, Lucio betritt das Werksgelände von Volkswagen Brasilien. Auch wenn er sich nur im Eingangsbereich bewegen darf, er sieht es erstmal als positives Zeichen. Ein Sieg ist es für ihn, am Ort des Geschehens seine Geschichte erzählen zu können. Das macht ihn erstaunlich gelassen. Keine Wut, kein Hass. Doch Lucio fühlt sich fremd. Ich weiß noch nichts mehr. A Laquata bleibt dort, nach unten. Es war um 11.30 Uhr, die Polizisten von DOPS war. Ich war mit der Kostas, wenn sie mich auf der Kostas legen und sie mich verletzten. Ich habe zwei Vox-Volks-Volks-Volks, zwei Polizisten mit der Kostas, und auf der Kostasen war der Kostasen. Die Kostasen in der Kostasen? Nein, überhaupt nicht. Wir haben immer unseren Kostasen mit einem sehr großartigen, sehr großartigen. Da vorne war der Kostasen, wo ich mich gebracht habe, nachdem ich mich aus der Kostasen aus der Kostasen. Als sie mich gefragt haben, was ich von anderen Menschen, die ich auch sind, politische und politische Menschen, die mich in der Kostasen waren, und sie mich begleiten. Sie haben mich gezwungen, mit dem Kostasen, mit dem Kostasen, in der Kostasen. Und die Unternehmen, die sich auf der Kostasen auf der Kostasen, auf der Kostasen, auf der Kostasen. Es ist ein Phänomen. Noch immer wollen die Verantwortlichen von damals nichts wissen, von dem Leid, für das VW offenbar eine Mitverantwortung trägt. Hier an diesem Ort wurde Lucio Bellentani der Kostasen in der Kostasen. Mithilfe des VW-Werkschutzes von den Militärs verhaftet. Hier begann sein Leidensweg. Trotz der Hitze, das Klima ist eisig. Die Fabrikhallen darf der ehemalige Arbeiter nicht betreten. Außerdem überwacht ein VW-Team die Dreharbeiten. Insgesamt neun Pressesprecher und Werkschützer. Sowohl aus dem hiesigen Werk, als auch aus Wolfsburg. Sie bleiben immer dicht hinter Lucio und der Kamera. Niemand redet auch nur ein Wort mit ihm. Niemand gibt ihm die Hand. Er ist umstellt vom Werkschutz. Als wäre er ein Feind. Genau wie damals. Wenn Sie mich haben, um diese Bildung zu machen, ich war sogar optimistisch. Ich habe gesagt, ob es sich die VW-Team verändert, die VW-Team verändert. Jetzt kommt hier, man muss sich jemanden, in der Firma zu sein. Das ist das? Was 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 ist das? Ich bin nicht in der Indenisierung. Was ich möchte, ist ein Positionierung der Wahrheit. Befürchtet VW, dass schon eine Begrüßung als ein Schuldeingeständnis gedeutet werden und den Konzern Millionen kosten könnte? Die Staatsanwälte in Sao Paulo ermitteln nicht nur mit Hochdruck, sondern auch unter Zeitdruck. Vielen Opfern bleiben nicht mehr viele Jahre. Der VW-Konzern hatte seine aktive Mithilfe bei dem Prozess der Wahrheitsfindung versprochen. Schonungslos, lückenlos, allumfassend. Wir wollen wissen, ob VW es ernst meint. Ermittler sind Journalisten gegenüber normalerweise sehr vorsichtig, zumal bei laufenden Verfahren. Umso überraschter sind wir, als der Staatsanwalt sofort Klartext redet. Wir sprechen mit einem der zahlreichen Anwälte, die VW Brasilien in dem Verfahren vertreten. Der VW-Konzern, der VW já compareceu ao Ministério Público e de forma proativa também ofertou uma quantidade enorme de documentos para que os promotores possam avaliar. Mas as informações que têm vindo são muito insubsistentes. Nós pedimos boletins de ocorrência, por exemplo, que eram lavrados pelo Departamento de Segurança. 90% dos boletins que foram encaminhados são de uma planta de uma cidade de Talbateco. Então, eu não sei o que está acontecendo. Volkswagen 1600 TL, dois amplos portamalos, motor deitado de 65 HP. Grande espaço interno, beleza que não acaba mais. Venham, venham a eles todos os desiludidos, todos os insatisfeitos, todos os que amam a beleza. A M. O que está dentro? O que está no escuro, é só que estivar no escuro. Não é um trabalho. A M. Estevejano dementeção foi então se obrigada. Estou alues de스타ção em萬ajada, até o que está na aula do Brasil. Tanto. A M. Ich bin kein Lateinamerika-Experte. Ich kannte zu Beginn des Projekts auch kein Wort Portugiesisch. Ich habe mich erst nach und nach eingearbeitet. Aber ich muss sagen, es war hochspannend. Ein Doppelschlag. Erstens gewinnt VW Zeit. Zweitens wirkt Kopper zunächst harmlos. Endlich ein Historiker, von dem man nichts zu befürchten hat? Zeitgleich verlieren die Arbeiter um Lucio langsam die Geduld. Eine immer größere Gruppe von ehemaligen Volkswagen-Angestellten trifft sich regelmäßig. Sie tauschen sich aus über die laufenden Ermittlungen und ihre Erinnerungen. Sie erzählen, wie sie vom VW-Werkschutz schikaniert wurden. Die Arbeiter schildern, dass der VW-Werkschutz sogar einen eigenen Verhörraum hatte, in dem sie gegen ihren Willen festgehalten wurden. Sie nennen ihn den Schweinestall. Dass er die Erinnerungen auf den Bewerf ist. Danach folgen sie auf dem Bewerf, von den Bewerf auf dem Bewerf. Im Beratung war sie trotzdem in den Bewerf. In der Bewerf hatte sie zu über die Bewerf. Also, die Bewerf hat eine Bewerf, die sich über den Bewerf, um die Bewerf zu machen. Sie haben sie auf die Bewerf, um einen Bewerf zu halten. während man nicht für die Bewerf hat. In diesem Bewerf hatte sie so viel zu sein. Daher habe ich wieder voranstaliert. Ich fahre alles, die Bewerf zu helfen���niere Anruf. Wie war's die Bewerf? Ich war ein Bewerf zu berufen. Ein Bewerf hat das Bewerf zu haben. Die Arbeiter führen einen doppelten Kampf gegen einen Konzern, der sie bis heute ignoriert, und gegen die eigenen traumatischen Erinnerungen. Sollte man sich damit beschäftigen, sollte man Aufarbeitung betreiben? Ich glaube, in Brasilien kann man sich damit sicher beschäftigen. Ich glaube, wir sollten uns in Wolfsburg mit der Zukunft beschäftigen. Tatsächlich spielt VW in Wolfsburg weiter auf Zeit. Aus heutiger Sicht müssen wir da einfach noch ein bisschen abwarten. Wir sollten da jetzt auch keine vorstellenden Schlüsse und Entscheidungen treffen. Wir müssen schauen, was ist in Brasilien letztendlich passiert. Da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen ja. Und diese Wahrnehmungen muss man natürlich mit Fakten hinterlegen können. Der von VW beauftragte Historiker Christopher Kopper hat viele dieser Fakten bereits gefunden. In Brasilien und in Deutschland. Schon nach sechs Monaten Recherche kommt er zu überraschend eindeutigen Ergebnissen. Also ich bin zum einen sehr sicher, dass der Werkschutz von VW auch das Ziel der militäre Diktatur, vor allem den Kommunisten, mit allen Mitteln zu verfolgen, auch teilte. Ich kann bisher sagen, dass es eine regelmäßige Zusammenarbeit zwischen dem Werkschutz von VW Brasil und den Polizeiorganen des Regimes gab. Wenn beispielsweise irgendwo auf einem Klo oder Unkleidekabine dann verbotene kommunistische Zeitschriften gefunden wurden, hat der Werkschutz das nicht nur registriert, sondern er hat es auch an die politische Polizei weitergemeldet. Aus dem scheinbar harmlosen Historiker ist ein Ankläger geworden. Welche Rolle hat Volkswagen bei diesen Verhaftungen gespielt? Ja, sie hat die Verhaftungen zugelassen. Möglicherweise hat sie auch durch das Mitteilen von Beobachtungen über das Verteilen kommunistischer Zeitschriften auch einen Beitrag dazu geleistet, dass diese Arbeiter überhaupt a von der Polizei erfasst und b von der Polizei überführt werden konnten. Wir suchen die Täter der politischen Polizei. Bis heute gilt in Brasilien eine Amnestie. Die Hauptverantwortlichen von damals wurden nie bestraft. Josepon Cristiano war Dienststellenleiter der politischen Polizei in Sao Paulo. Er war Chef jener Folterer, die Menschen wie Lucio unendliches Leid zugefügt haben. Die Volkswagen, als wir das geholfen hatten, machten wir das, was wir determinierten. Als wir das geholfen hatten, machten wir das Elemente, das ich wollte. Und sie sagten, wir sind in diesem Ort. So, 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 so. Schuldbewusstsein kannte er offenbar bis zuletzt nicht. Vor wenigen Monaten starb der Folterchef. Auch er bestätigte den Verdacht, dass VW und die Militärs Komplizen waren. Die Beweislage ist erdrückend. Die Frage ist, was wusste eigentlich der Vorstand von VW do Brasil? Das ist eine offene Frage. Also ich habe keine Dokumente gefunden, die belegen, dass der Vorstand von VW do Brasil 72 über diese Verhaftung informiert wurde. Wir finden einen Brief, in dem der Direktor von Volkswagen Brasilien den Vorstandschef in Wolfsburg über Festnahmen von Mitarbeitern informiert. 1972, kurz nach Lucius Verhaftung, schreibt der VW-Brasilien-Chef über die Verhaftung von mindestens fünf Angestellten der VW do Brasil, denen eine Teilnahme an subversiven kommunistischen Aktionen einwandfrei nachgewiesen wurde. Karl Hahn saß damals im Aufsichtsrat. Keine Ahnung. Nie gehört? Nie, nie gesehen auch. Sie haben von Verhaftung bei Volkswagen insgesamt nichts gewusst? Nie. Was wusste Wolfsburg wirklich? In internen VW-Unterlagen finden wir Hinweise auf ein besonders entlarvendes Ereignis. Es ist der Beginn der Generalstreiks in Brasilien 1979. Hunderttausende auf den Straßen. Die Opposition wächst. Das Regime reagiert mit Gewalt. Der VW-Werkschutz bespitzelt streikende Angestellte besonders intensiv. Direkt vor den Werkstoren kämpfen die Arbeiter für ihre Rechte. In diesem brisanten Moment der Geschichte fliegt ein Gewerkschafter und VW-Mitarbeiter nach Wolfsburg. Sein einziges Ziel? Er will dem Vorstandschef von VW in die Augen sehen, ihn direkt konfrontieren mit dem, was bei VW Brasilien vor sich geht. Der Vanier Hibero, heute 73 Jahre alt. Die Gelegenheit ist einmalig. Ein Gewerkschaftskongress im Spiegelsaal der Stadthalle Wolfsburg. Hibero spricht den damaligen VW-Vorstandsvorsitzenden Schmücker direkt an. Der VW-Wersüchtling, der Handling abläuft. Er hat sie nur begonnen und schiefst der ZD-Tab, wie sie von verschwenden von Leitannien und schiefst? Von dem Heuer centrum? Auf der Verstück! Er hat mich gemacht! Er hat sich gleich amränken. Er sagte, wenn der B IST-Basen nicht, wer sei diese ehre Buren. Er hat sich die Eure begonnen, weil er das Beschwimmen. Er hat sich die Behörden. Er hat sich den Behörden. Er hat sich das Schmück wollte. Er spricht nicht so sicher. Drei Jahre nach dem Kongress, auf dem der Vorstand klipp und klar auf Menschenrechtsverletzungen bei VW in Brasilien angesprochen wird, übernimmt Karl Hahn den Vorstandsposten. Was soll ich da sagen? Herr Schmöcke, ich kann Ihnen nicht konsultieren, wir haben auch keine lange Übergabe gemacht. Wir sind nie auf die Idee gekommen, dass in unseren Betrieben in irgendeiner direkten oder indirekten Art und Weise Menschenrechte zu kurz gekommen wären oder nicht respektiert worden wären. Das sah jenseits unserer Vorstellungskraft. Wer erst gar nicht fragt, der bekommt auch keine Antworten. Zurück in Brasilien. Historiker Coppa hat sich mit einigen ehemaligen Arbeitern verabredet, um ihre Sicht der Dinge zu hören. Darauf haben die Männer jahrzehntelang gewartet. Endlich tritt ihnen jemand von Volkswagen gegenüber. Die Erwartungen sind immens. Noch nie hat VW den Arbeitern gegenüber Stellung genommen. Ich freue mich sehr, dass Sie mich heute eingeladen haben, um über das Projekt als Historiker zu berichten, dem ich jetzt seit fünf Monaten arbeite. Eine Geschichte von VW do Brasil während der brasilianischen Militärdiktatur. Der von VW beauftragte Historiker und Lucio an einem Tisch. Wir sollen den Raum verlassen. Das Gespräch beginnt. Doch bereits nach wenigen Minuten knallen die Türen. Ein Missverständnis führt zum Eklat. Während Historiker Coppa seine Unabhängigkeit betonen will, fühlen sich die Arbeiter zum Narren gehalten. Ein Entsandter von VW, der keiner sein will? Natürlich habe ich auch gemerkt, die sind frustriert, weil sie schon lange auf Entschädigungen warten und bisher von VW noch kein Zeichen kam. Und die haben sich natürlich zurechtgewundert. Da kommt innerhalb von zwei Jahren zum zweiten Mal ein deutscher Historiker und stellt ihnen Fragen zur Geschichte. Seid honesto, seid honesto, pelo menos una vez na vida. Die dunklen Kapitel der Vergangenheit von VW Brasilien. Ein Werkschutz, der eigene Mitarbeiter bespitzelt, sie offenbar der Folter ausliefert. Aus eigenem Antrieb. Unsere Recherchen zeigen, Volkswagen war wohl nicht nur Helfer, sondern Akteur der Repression. VW, der schweigende Konzern. Doch Arbeiter wie Lucio zwingen ihn, sich der Vergangenheit zu stellen. Die Ermittlungen in Brasilien stehen kurz vor ihrem vorläufigen Abschluss. Werden Sie Volkswagen dazu raten, sich zu entschuldigen für alles das, was in den 60er, 70er und 80ern in Brasilien passiert ist? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass Volkswagen damals eine Verantwortung trug für die Verletzung von Arbeitnehmerrechten. Das hat erheblichen Auswirkungen auf das Leben dieser Beschäftigten. Dafür, denke mal, könnte sich VW entschuldigen. Wenn wir es aufgearbeitet haben, kommen wir möglicherweise auch zu Erkenntnissen. Heute kann ich Ihnen diese Erkenntnisse aber nicht vorab liefern. Warum diese Art von Atitudes? Es ist notwendig, dass sie sich zu erheblichen, zu sagen, dass sie sich zu erheblichen, zu sagen, dass sie zu erheblichen. Wir sind in Deutschland ein einmaliges Volk, das sich mit den schlechten Seiten seiner Vergangenheit beschäftigt. Die anderen Nationen tun das mit den guten Seiten. Ich versuche das auch mit den guten Seiten. Am Tag der Verhaftung im VW-Werk sagt Lucio, habe er seine Würde verloren. Ich bin im VW-Werk sagt Lucio, habe ich im VW-Werk. Das war wichtig, dass sie keine Ruheile zu sein. Er habe noch keináp chaplosias von Germany. Eine andere Ungewissheit ist geblieben. Auch nach 45 Jahren weiß Lucio nicht, ob Volkswagen sich jemals entschuldigen wird. Aber sein Wille dafür zu kämpfen, ist größer als je zuvor. Untertitelung des ZDF, 2020